Von der Wiesn direkt in Munichs feines Table Dance. Boob's Gentleman's Club, Dachauerstraße 12, präsentiert die Wiesn-Fahrgeschäfte. So, da ist ja mein Mann, Herr Barth, der Profi für die Loopings. Servus, das ist schön, dass das jetzt hier geklappt hat. Ich habe gehört, Sie fahren mit mir direkt mit. Stimmt das? Selbstverständlich. So, Herr Barth, da haben wir uns den richtigen Ort fürs Interview ausgesucht. Aber ich bin ja fahrtüchtig's Madl, mir macht es nichts aus. Wie ist das für Sie? Mir macht es auch nichts aus. Also ich fahre jeden Tag mindestens einmal. Und ich habe mich schon daran gewöhnt. Kriegen wir ganz entspannt über die Bühne, oder? Was passiert jetzt? Ja, wir werden jetzt mit über 200 PS hier hochgezogen. Und wir erreichen jetzt gleich die Höhe von 32,50 Meter und stürzen dann in die Tiefe und machen den ersten Loopings. Müssen wir schreien? Ich nicht. Nö, ohne schreien, kein Problem. Herr Barth, ich habe ja gut gefrühstückt. Und wissen Sie was? Ich bin doch nüchtern. Aber wie ist es mit den anderen Fahrgästen? Wer halten die ihr Bier? Ja, der ein oder andere, der entledigt sich schon mal nach der Fahrt von seinem Bier. Aber schlimmer ist es, wenn man sein Gebiss verliert. Wenn jemand sein Gebiss verloren hat, dann war der bestimmt schon nicht mehr ganz jung. Ja, gut. Unsere Fahrgäste, die sind ja schon weit über 70, die hier mitfahren. Und für die Kleinen, aber Mindestgröße von 1,40 Meter und nach oben hin muss jeder wissen, wie viel Action er noch vertragen kann. Also Spaß für Groß und Klein. Da muss man auf jeden Fall einmal dabei sein. Ohne Schreien haben wir das ganz gut hingekriegt, oder? Ja, gut. Alles klar. Mei, da haben wir uns gut geschlagen, der Herr Barth und ich. Und die Dirndl-Schürzen ist verrutscht. Aber sonst passt's, oder? Hier in dem 5er Lupin findet ihr Straße 5 gegenüber vom Autoscooter Lindner. Aber er ist ja hoch genug. Eigentlich kann man ihn eh nicht verfehlen. Und ich gebe jetzt ab nach dieser super Fahrt zu Alex und Marion auf die Empore. Ciao, servus!